NINJAS Das waren sowas wie die Geheimagenten des Kaisers im alten Japan. Hi, ich bin Josh. Oder Joe. Manchmal auch Faultier, sagt Toni jedenfalls. Ich mag Faultiere halt. Kurz nachdem Toni in mein ruhiges und beschauliches Leben gestürmt ist, stolperten auch Luis und Emil mitten hinein in unsere Freundschaft. Und plötzlich war nichts mehr ruhig. Und erst recht nicht beschaulich. Du meinst wohl, es war nicht mehr so langweilig. Spätestens nachdem jemand bei Herr Goldman eingebrochen war, war einfach nichts mehr wie vorher. Unsere Ermittlungen führten uns in die dunkelste Dunkelheit. Die finsterste Finsternis. Und die schwärzeste Schwärze. Jetzt übertreib mal nicht. Aber zum Glück gibt es ja Luis, der den Durchblick hat, wenn kein anderer mehr klar sieht. Emil, der auf jede Frage eine Antwort weiß. Toni, die besser klettert als jede Katze. Und mich, Josh, also Joe, der es mit den gefährlichsten Gegnern aufnimmt. Wenn's sein muss. Von wegen Faultier. Na ja, ohne uns, die letzten Ninjas, wäre dieser Fall wohl nie gelöst worden. Oh, oh! 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 Vielen Dank.